Der kleine Frosch Paul hatte so ein großes Maul. Er fraß am liebsten fliegen. Doch wie soll er die nur kriegen? Er überlegt hin, er überlegt her, er überlegt hin, er überlegt her. Doch das Denken fiel ihm schwer. Doch ja, rief er, so muss es klappen. Ich werde sie mit der Zunge schnappen. Gesagt, getan, gleich ausprobiert und siehe da, es funktioniert. So oder so ähnlich beginnen bei uns meistens die Musikstunden. Mein Name ist Lydia und ich unterrichte an der Musikschule Schönblick die Kurse Musik von Anfang an. Gemeinsam mit den Kindern und jeweils einer erwachsenen Bezugsperson, ganz egal ob Eltern, Großeltern, Tante oder vielleicht auch Onkel, singen wir gemeinsam, machen Sprechverse und Fingerspiele, tanzen, machen Kniereiter oder begleiten uns mit ganz unterschiedlichen Instrumenten. Der Kurs Musik von Anfang an 1 beginnt für Kinder ab 10 Monate bis 2 Jahre und dauert wöchentlich eine halbe Stunde. Der Kurs Musik von Anfang an 2 schließt sich für Kinder zwischen 2 bis 3 Jahren an und dauert wöchentlich eine Dreiviertelstunde. Gerne dürfen Sie einmal zu einem Schnuppertermin vorbeikommen. Ich freue mich auf Sie. Der kleine Frosch Paul hat auch einen großen Bruder und wenn die beiden gemeinsam quaken, dann quakt der kleine Frosch Paul ganz hoch und sein Bruder ganz tief und gemeinsam feiern die beiden heute ein Fest. Heute ist ein Fest bei den Fröschen am See, Ball und Konzert und ein großes Diener. Quack, 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 quack. Bis zum nächsten Mal.